Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Zum Start ins Wochenende bleibt es trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Samstag um die minus ein Grad. Der Westsachsenhimmel zeigt sich bedeckt. Der Sonntag wird aus heutiger Sicht ein recht freundlicher Tag. Bei Höchstwerten um die zwei Grad plus lässt sich dann auch mal wieder die Sonne blicken. In der Nacht können die Temperaturen jedoch bis auf minus zwölf Grad fallen. Die neue Woche beginnt mit leichtem Schneeregen aus grauem Himmel. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf vier Grad plus. Der Dienstag zeigt sich ähnlich. Bei nasskaltem drüben Wetter und leichtem Schneefall klettert das Thermometer auf bis zu drei Grad.